Das ist wirklich eine besorgniserregende Entdeckung und die könnte zu einer weiteren Katastrophe führen. Das havarierte Kernkraftwerk Tschernobyl strahlt immer stärker. Irgendwas im Inneren hat begonnen. Aber was passiert da also im Raum 352? Clixoom Science in Future gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich Willkommen. Ein katastrophaler nuklearer Unfall. Kurz nach 1 Uhr nachts am 26. April vor 35 Jahren, also 1986, im Reaktor Block 4 des Kernkraftwerkes Tschernobyl. Rund 100 Kilometer nördlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Ein Test war fehlgeschlagen und die Explosion des Reaktors kostete am Unfallort im Atomkraftwerk selbst gleich 50 Menschen das Leben. Doch damit nicht genug. Die freigesetzte Strahlung ließ tausende Menschen erkranken. Schätzungen gehen von 4000 bis 100.000 Opfern aus. Die Zahl ist nur sehr schwer zu beziffern, weil in Europa viele Menschen in der Folge an Krebs gestorben sind. In Bonn standen zehntausende Menschen bei dem Event Rhein in Flammen ungewarmen Stunden in einem Fallout in radioaktivem Regen. Doch es gab weitere Tragödien. Hunderttausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Sie wurden zwangsumgesiedelt. Große Regionen in Russland, Belarus und der Ukraine sind verstrahlt. Noch heute sind Gebiete um den Reaktor so hoch kontaminiert, dass eine Sperrzone aufrechterhalten werden muss. Diese darf nur mit Genehmigung betreten werden. Der Unfall gilt als die größte Atomkatastrophe überhaupt, denn radioaktives Material wurde in die Atmosphäre geschleudert und zehn Tage lang wurden große Mengen von Radionukleiden freigesetzt. Die Wolke aus radioaktiven Partikeln zog bis nach Mitteleuropa und bis zum Nordkap. Große Teile der Ukraine, Russlands und Weißrusslands wurden verseucht. Der Regen spülte die radioaktiven Partikel aus der Atmosphäre auf die Erde. Auch Deutschland blieb nicht verschont. Besonders heftige Regenschauer gab es in den Tagen nach dem GAU, vor allem in Bayern, Baden-Württemberg und in Teilen Brandenburgs. Dadurch wurde der Süden Deutschlands deutlich mehr kontaminiert als der Norden. Und auch heute noch ist die Strahlung von Tschernobyl bei uns in Deutschland messbar. Erst kürzlich hatte das Bundesamt für Strahlenschutz den aktuellen Pilzbericht herausgegeben und davor gewarnt, dass vor allem im Süddeutschland einige Pilzarten stark erhöhte Mengen des radioaktiven Isotops Cäsium-137 aufweisen. Und das stammt immer noch aus dem Reaktorunfall in Tschernobyl vor 35 Jahren. Die Radionukleide Cäsium-137 und Strontium-90 sind beispielsweise erst etwa zur Hälfte zerfallen. Andere Radionukleide haben zudem noch deutlich längere Halbwertszeiten. In der Fachsprache ist damit die Zeitspanne gemeint, die es dauert, bis sich die ursprünglich vorhandene Menge halbiert hat. Vor allem das langlebige Cäsium-137 ist mit seiner Halbwertszeit von etwa 30 Jahren dafür verantwortlich, dass noch landwirtschaftliche Erzeugnisse und Waldprodukte radioaktiv verseucht sind. Betroffen sind in Deutschland vor allem Gebiete wie Südbayern und der Bayerische Wald. In landwirtschaftlich genutzten Böden ist das Problem der Cäsium-137-Kontamination übrigens nicht so groß. Der Grund, dass vor allem Waldböden betroffen sind. Hier bleibt das Cäsium in einem sehr wirkungsvollen Nährstoffkreislauf eingebunden. Und Cäsium ist also in Schichten, die viele Nährstoffe und Bodenorganismen aufweisen, leicht verfügbar. Gemeint sind damit sogenannte organische Auflageschichten aus Humus und sich zersetzendem Streu. Pilze, Pflanzen und Bodenorganismen nehmen das Cäsium-137 auf und führen es wieder dem Boden zu. Und jetzt, 35 Jahre später, ist die Gefahr vor Ort in Tschernobyl immer noch nicht gebannt. Es droht sogar eine weitere Katastrophe und auch deutsche Fachleute haben Messungen in der Sperrzone von Tschernobyl durchgeführt und die ersten Ergebnisse verheißen nichts Gutes. Tschernobyl strahlt offensichtlich weiter und die Reaktorreste, von denen niemand weiß, was in ihnen vorgeht, scheinen wieder aktiv zu werden und strahlen sogar stärker. Wie kann das sein und was bedeutet das konkret? Alle wichtigen Facts zu diesem Thema gibt es jetzt hier bei Clixoom Science in Future. Deutschland hat vor zehn Jahren den Schlussstrich gezogen. Als Reaktion auf die Reaktorkatastrophe von Fukushima hatte die deutsche Politik beschlossen, schneller aus der Atomenergie auszusteigen als ursprünglich geplant. Bis Ende des Jahres 2022 sollen die letzten deutschen Kraftwerke stillgelegt werden. Anders dagegen sieht das bei unseren Nachbarn aus. Polens konservative Regierung plant den massiven Einstieg in die Atomenergie und die beiden Standorte für Kernkraftwerke liegen nahe der Ostsee Czarnowiec und Lobijatovo-Kopalino, etwa 450 Kilometer von Berlin entfernt. Der erste Reaktorblock soll 2033 ans Netz gehen. Bis 2043 sollen fünf weitere Reaktorblöcke folgen. Mit diesem Schritt will Polen den Ausstieg aus der Kohle schaffen und so gibt es für das Bundesumweltministerium weiterhin Anlass, diesem Thema die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Wir müssen auch in Zukunft schnell, kompetent und zielgerichtet auf Gefahren aus der Atomkraftnutzung reagieren können, insbesondere auf mögliche AKW-Unfälle im Ausland. Denn klar ist, Radioaktivität macht vor Grenzen nicht Halt. Dazu die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz, Inge Paulini. Deshalb müssen wir auch auf Unfälle im europäischen Ausland vorbereitet sein und bei der Bewältigung eines Unfalls grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Es ist uns ein Anliegen, mit unserer Expertise internationale Partnerorganisationen zu unterstützen. Und so ist das Bundesumweltministerium mit am Start, die Sicherung des havarierten Reaktors in Tschernobyl und des darin enthaltenen Kernmaterials zu unterstützen und zu begleiten. Doch nicht nur das. Das Bundesamt für Strahlenschutz, BFS, ist jetzt zum wiederholten Male bei einem Messeinsatz direkt vor Ort dabei. Und deutsche Fachleute haben die Messungen vom 3. bis zum 19. September in der Sperrzone von Tschernobyl mit unterstützt. Am Boden und von Hubschraubern aus wurden verschiedene Daten ermittelt und kartiert. Zum einen die Höhe der vorhandenen Strahlung, aber auch die Menge und Art der Stoffe, die sich da am Boden abgelagert haben und die für diese Strahlung verantwortlich sind. Fest steht, noch immer, auf 35 Jahre nach dem Unfall gibt es weiterhin radioaktiv strahlende Staubpartikel. Die Bundespolizei und Fachleute des Bundesamtes für Strahlenschutz haben sich deswegen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vor Ort das Ziel gesetzt, eine neue Karte mit der Strahlenbelastung zu erstellen. Wie hat sich diese im Laufe der Jahre verändert? Unterwegs waren sie im Norden der Ukraine. Die Ergebnisse sollen erst im April des kommenden Jahres 2022 vorgestellt werden. Doch die ersten Analysen zeigen, dass die Gefahr offensichtlich noch lange nicht gebannt ist. Die beiden Hubschrauber der Bundespolizei aus Deutschland waren in den vergangenen Wochen täglich vier bis sechs Stunden im Einsatz an Bord. Etwa 200 Kilogramm schwere Messgeräte. Dazu heißt es auf der Webseite des Bundesamtes für Strahlenschutz, mit Strahlungsmessungen von Hubschraubern aus lassen sich innerhalb kurzer Zeit große Gebiete auf radioaktive Kontaminationen hin untersuchen. Neben der Schnelligkeit ist von Vorteil, dass sich auch Gebiete untersuchen lassen, die vom Boden aus nicht zugänglich sind. In einem radiologischen Notfall kann eine Fläche von rund 100 Quadratkilometern innerhalb von drei Stunden überflogen und kartiert werden. Die Messresultate liegen bereits kurz nach der Landung vor. Über den verunglückten Reaktor dürfen die Hubschrauber allerdings nicht fliegen. Das ist viel zu gefährlich. Die ukrainischen Behörden befürchten das Risiko eines möglichen Absturzes. Hier werden Drohnen eingesetzt. Doch auch die Messungen am Boden selbst sind wichtig. Dazu der Mitarbeiter des Bundesamtes für Strahlenschutz, Christopher Strobl. Wir nutzen den Hubschrauber, um einen Überblick zu bekommen und machen anschließend detaillierte Messungen am Boden. Am Boden können wir dann deutlich detaillierter die radiologische Lage beurteilen. Mobile Teams sind am Boden unterwegs, um hier 200 Messpunkte abzuarbeiten. Und die ukrainische Sperrzone ist alles andere als klein. Sie entspricht mit ihren rund 2600 Quadratkilometern etwa der Fläche des Saarlandes. Die Messpunkte werden durch Straßen miteinander verbunden. Hier werden dann etwa 15 Zentimeter tiefe Proben genommen, die dann in zweieinhalb Zentimeter großen Schichten unterteilt werden. Doch ein Hindernis gibt es dabei noch, denn damals ließen die sowjetischen Behörden nach der Atomkatastrophe große Gebiete umflügen. Die Fachleute müssen also zudem prüfen, ob der Boden an den jeweiligen Messpunkten bearbeitet ist oder nicht. Dazu sagt ein beteiligter Physiker aus Deutschland, Daniel Esch, Je tiefer das Cäsium im Boden sitzt, umso geringer trägt es zur Hintergrundstrahlung bei. Die Auswertung der Bodenproben erfolgt dann in einem örtlichen Labor und die ersten Ergebnisse lassen nichts Gutes ahnen. Demnach könnte sich die Cäsiumverteilung, die in den 90er Jahren gemessen wurde, kaum verändert haben. Dazu sagt Christopher Strobl vom Bundesamt für Strahlenschutz. Das heißt, wir haben das bestätigt, was die Kollegen damals in aufopferungsvoller Arbeit geleistet haben. Doch trotz solcher Messergebnisse bleibt die Sperrzone nicht leer, sondern hat sich in den vergangenen Jahren sogar als Touristenmagnet etabliert. Oh mein Gott, die Veranstalter solcher Trips zum Umglücksreaktor werben mit Sprüchen wie »Hol dir deinen Schuss Adrenalin«. Vor zwei Jahren, 2019, kamen mehr als 120.000 Touristinnen und Touristen nach Tschernobyl. Das muss man sich mal vorstellen. Dabei gibt es beunruhigende Meldungen aus dem havarierten Reaktor Block 4. Der Wissenschaftler Neil Hyatt hat das in einem Interview mit dem Deutschlandfunk so zusammengefasst. In diesem brennstoffhaltigen Material beobachten wir einen Anstieg des Neutronenflusses. Es werden also mit der Zeit mehr Neutronen emittiert. Neutronen können Uran- und Plutoniumatome spalten, wodurch weitere Neutronen entstehen. Und das ist das, was gemessen wird. Eine nukleare Kettenreaktion, die sich also verstärkt. Die Rede ist von einem der Räume, in denen im Unfalljahr 1986 das Gemisch aus Steuerstäben, Kernbrennstoff und Trümmer geflossen ist. Konkret bereitet vor allem der Raum 305 zwei Sorge. Denn hier ist damals besonders viel Chorium geflossen. Gemeint ist damit das geschmolzene Material einer Kernschmelze in einem Kernreaktor. Doch die Messwerte bleiben ein Mysterium, denn nicht alle Sensoren in diesem Raum verzeichnen denselben Anstieg. Doch einer der Sensoren zeigt an, dass sich der entscheidende Messwert in den vergangenen vier Jahren sogar verdoppelt haben könnte. Den Fachleuten bleibt nichts anderes übrig, als diese Messdaten zu interpretieren. Denn ein Zugang in den Raum 305 zwei, der ist nicht möglich. Doch wie kommt es zu diesen erschreckenden Messergebnissen? Es handelt sich wahrscheinlich eben um eine nukleare Kettenreaktion, die gerade in Gang kommt. Diese könnte dann den Neutronenfluss verstärken. Robert Kilger von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, GRS, sagt im Interview mit dem Deutschlandfunk, dass im schlimmsten Fall eine Dampfexplosion drohen könnte. Dann nämlich, wenn Wasser in Zusammenhang mit der Kettenreaktion sehr schnell verdampft. Der baufällige Sarkophag könnte dann einstürzen. Das sind wirklich keine guten Nachrichten. Alles über die Atomkatastrophe gibt es hier. Super GAU, Tschernobyl, Clixoom Science and History. Anklicken, Anschauen und Abonnieren. Das geht ganz einfach mit dem Abo-Button unter jedem Video. Macht schlau und kostet nichts. Bis dann, bleibt dran.